Der Beef hat gewonnen. So muss er sein. Den Mikrofonarm zu hauen ist gar nicht so cool. Einmal im Gan, weil es dann kommt sowas. Ah, mach, mach. Pass doch bitte. Ab mir zu Kiyo. Ob ich nicht mehr nicht darf, ich darf nicht gerne oder so. Ab mir zu Kiyo. Ab mir zu Kiyo. Mach 2. 3 1 wird geschafft und schreien das ist eine gute idee eigentlich meines jahren und das spannendes drehen das spannende nicht aber ich denke mal dass wir den honor schaffen und zu noten machen wir danach im kampf noch mal zwei level auf zwei weil du nicht schreien darf was du schlimmeres was bist du krank du darfst gar nicht schreien 90 aus korea doch musste eine stimme behalten für donnerstag gibt wieder mein kraft vielleicht hast du ja da gründer zwischen ich weiß intelligent verpacken kann drohen dass man eine ärger gibt aber 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 wo sie jetzt einmal bescheid sagen die war ganz ehrlich machen wir so nicht dann hast du etwas schreien das habe ich nicht gesagt aber nie gesagt dass du irgendwann schreien darfst die mode muss ich jetzt voll an spawnfuck denken dass wenn ich es gesagt hätte du hast keine beweisung ich habe es geschafft wo wirst du hin ich muss es mit 19 erfahrungen noch mal gestiegen alles 2 so was wir schon das brauchst du gründe glaube ich nicht bestimmt nicht so immer an mich stelle wo ich das gesagt haben soll aus der aufnahme heraus jegliche beweise die da sein könnten wir vernichten gibt bestimmt kein clip dazu aber ich kann ja nicht zurückschulen genau ganz nur glauben musst du denken ganz genau hast du echt einen clip gefunden du musst deine stimme behalten für donnerstag der gibt es wieder minecraft vielleicht hast du ja da gegründet zum schweiß intelligent verpacken kann ganz kacke aber man hat ja noch gehört dass ich einige worte verschlucken würde noch so nebenbei mal kurz was gucken mein filter frage ist nur ist das das rauschgeld oder ja das ist dann quasi mein rauschbitte beziehungsweise mein neues geht sein geht es zu langsam das heißt muss die attack code und release oder muss ich die also muss die attack zeit niedrigen also die attack zeit liegt derzeit bei 25 millisekunden muss ich die dann heruntersetzen oder hochsetzen das ist dann die frage das ist nämlich bei dem stream von gestern auch aufgefallen dass ich auf jeden fall jeden fall ab und zu mal worte verschlucke dann mal ganz kurz vor allem gut dann weiter zum thema ich den ordner nicht geschlossen warum mache ich sowas so jetzt aber würde ich mal sagen das müssen wir ein bisschen mehr damit schwanger ja 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 jetzt hast du einen stream wieder laut sehr gut jetzt haben wir der kampf gegen gegen war nicht das war gut ich habe jetzt recht gut gemacht dann nicht und auch gegen ob ich soll jetzt nicht wenn ich mir so schwer sein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Fehler davon habe ich aber nicht gemacht. Was mich ärgert, nur wenn ich gegen ihn kämpfe ist meine maximale IP gestiegen. Aber nur dann. Sonst steigt sie nämlich momentan nicht. Ist schon ziemlich gemein, aber gut. Die Kontrolle reagiert halt gerade einfach gar nicht. Wenn ich jetzt... Aber... Mal versuche... Okay. Rächelt, direkt bösen Brief an Disney. Ist so. Ist auch so. Was mich so ein bisschen stört, ich kann an sich gegen den keine Nahkampfangriffe machen. Ich muss immer auf Fernkampf bleiben bei dem. Was im Boot? und bei dem jahr trifft es sowieso ein bisschen und folge aber ich da aus wert wo es bisher der einzige anruft auch trifft was treffen könnte wäre vielleicht die eisklinge ich kann mir nicht ausregen ich kann man erst bei der fähigkeit kann ich weder blocken noch ordentlich ausrechnen ich weiß nicht warum kann man nicht vorstellen warum und ich kann auch nicht nur mit meinem schwert oder werfen die dir auch nicht aber jetzt ich habe mich halt direkt hoch genommen und ich kann auch nicht Yield! Enough! Yield! Yield! Enough! Wieder direkt first down. Cheers! Too much Dort. Yield! sunrise down. Yield! Yeah. Well, no chance. also ganz ehrlich das ist ja wenn wir dieses level noch zu schwierig oder verstehe ich so was ich meine und ich glaube ich werde dann halt noch ein level machen müssen weil das gefühlt unschaffbar ist gewollt zu verlieren habe ich halt auch mal überlegt gehabt aber man kommt auch nicht weiter das ist das problem die idee dass es so ist habe ich auch meine gute kleber jetzt war hier nicht unbedingt schneller aber besser weil ich mache ja auch hier schon mehr schaden hatte ich hatte auch schon 14.000 punkte dort hat sie auch immer länger alleine ich kann ja auch worte zu gehen und geforderten hier müsste ja dann rein theoretisch ganz gewollt wäre dass ich verliere müsste er mich ja weiterlassen der nächsten sequenz oder so man muss ja besicht werden das ist wirklich das ärgerlich dass ich die maximale fg nur merkt nur mehr kriege wenn ich da gewinne ich könnte rein von der theorie her der kampf ist halt die hauptmission ist klar was ich noch mal probieren also alle schätze suchen ist klar bringt mir noch ein wenig da ist der hauptkampf da ist das reich hier könnte noch probieren in der arena weiterzukommen das wäre auch noch möglich ja genau also ich könnte halt hier glaube das habe ich schon geschafft das hier ja schon über acht den habe ich auch schon geschafft den hier weiß ich gar nicht hab ich den geschafft machen ich glaube den habe ich nicht mehr geschafft ab bilden von ja 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 checken wir da euch bringt beides, level und 100% aber halt wenig, es bringt halt weniger xp das ist mal gemein aber halt dafür muss ich weniger umlaufen halt nur kämpfen an der wende oh 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 Geht, Fokin. Ja. Wollen die mich denn nicht? Ja, jetzt. Ähm. Genau. Nein. Ja. 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 Da. Es gibt noch, Alter. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Wenn man sieht, es bringt halt, weniger Erfahrung, aber für mehr Gegner. Das wäre wiederum gut um meine Fähigkeiten ein bisschen zu leveln. Wie ein Piecher, oder? Oh nein! So, Boss Run, oder? Oh nein! Du 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 du! Oh, Kiki war noch mehr Schaden. Stop, weg! Das ist gerade schlecht mit dem Liga. Das ist gerade schlecht mit dem Liga. Das ist gerade schlecht mit dem Liga. Mal, das ist doch hier weg. Das ist halt kacke, wenn du hier eingekreist wirst und dich nicht bewegen kannst. Das nervt mich sowas, ne? Ich kann nicht, ich bin nicht halt hier am Rand, ich kann mich nicht bewegen. So. Gerade so geschafft, ey, ganz ehrlich. Manchmal, das ist ein bisschen so eine gemeine Stelle, muss ich sagen. Das nervt auch so ein bisschen. Gut. Aber geschafft. Also das habe ich geschafft. Das hier habe ich mit dem glaube ich noch nicht geschafft. Ein Mann Armee. Probieren. Ja, genau so geht es mir. Aber draufhauen. Ja, genau so geht es mir. Die Rosenviecher haben mir die Nerven richtig hart. da Diamanten Staub! Ich würde sagen müssen der cooler gekommen Soll ich mir jetzt Soll ich mir jetzt ja was den kampf gegen sie an und angeht hast du den nicht reflekt oder blocken oder sowas damit solltest du die geschosse noch abwenden können dann halt auf der stanz mit geduld angreifen nahkampf kannst du es vergessen bei den kombos ich muss mal gucken dann irgendwas muss da immer sein irgendwas muss da sein denn jetzt sind viele action zum schlafen ja was erwartete mit ging nur so klar dass ein bisschen mehr los ist es hat kein minecraft oder oder power hat sich vergleichen da lassen wir nicht kritisieren wie das spiel haben in den kingdom hearts kämpft ist er wurde zu erwarten das war noch wach bis jetzt mittlerweile hier ja ich kann mich aber schon einfach hinstellen für alle ein guter konto auch schon Oh, neul ist die Figur. Aber der Kapp ist irgendwie cool, also ich mag die irgendwie, der jetzt nochmal V umbringen Der wurde ja richtig stark Noch mehr So long So long Der geht nicht mehr auf der Kampf Muss ich sagen Ohhhhhhh Das Ding Ich erinnere mich, ja Ich habe vergessen, dass er was für Peaken hat, aber ich hatte welche. Oh, wow. Oh, das war's. Das war's. So long. So long. Take that. Ah, the crick they were. wenn ich mich nicht zu glück anstehe geht das das an heilung denken die schafft der nice nicht so schnell wie es sollte aber was ein marina muss einen mann habe mir durchgespielt ja das kann doch ich immer neu Genau, ich kenne mal noch eine. da haben sie gerade haben sie gerade ernsthaft alles geklaut ja Herz zu Romme. Take that! Take that! So long! You're done! Take that! That's actually a cool game! There's not a lot of experience! I'm going to get some money! Come out now! Hello! Let's go! End im Gelände hier! Ah cool! Ah, not enough! Oh, Arena Stufe 9! Ah krass! Gut! Ah... I don't know if I played or not Can I have a look at that? Can I have a look at that? Can I have a look at that? Let's go! 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 Okay! Okay, Doppelgänge habe ich schon gemacht! Das stimmt! Das stimmt! Das ist auch noch! Also sechs Dinge habe ich bereits durch! win win, 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 win! Also win, 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 win doch man so! Ja, da wäre das hier das nächste ruf... Ich glaube, das könnte ein bisschen schwieriger werden, aber hey, let's try, let's try, du merkst. Oh, geben wir mehr Wauwinden? Oh, nicht wirklich viel mehr, ne? Ja, irgendwie nicht viel mehr, wobei, achso, wow, ich habe schon beigeworfen, hm, unangenehm, unangenehm. So long. Ich vermute mal, dass sowas hier ein bisschen stärker wird, gerade bei Rang 4. Oh, die Mops erinnern mich gerade an nichts. Ich habe mal gegen ihn gekämpft, ich weiß das nicht. Moment. Gegen Monstro? Uh. Die. Oh, wie? Oh, hao, war das echt jetzt? hauptsache ich denke jetzt nur an Binding auf Eis, der kommt mega verrührt Aua Aua Achso Könnte man ja tun Ja Ich bin der Fünf Aua Aua пол Dr Dr Ja ich weiß gar nicht was passiert oder wenn sie über den zeit abläuft was ist denn da ja 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 Das war's für heute. Was hab ich denn gewonnen, oder wippt er mich? Ach krass, okay. Cool. Okay, nicht so cool, dass ich hier im Wasser... ... in der Magenrohrung. Okay. 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 Ja, so long. Ja, so long. Okay, wird schon. Heimlich gefährlich, der Kampf. Ich glaube, ich mache sowieso viel, noch ein bisschen zu viel Damage. Nee, aber nicht aufheben, die Stänge, ne? Ah, wow, okay. Scheiße. Ich könnte mal viel Damage machen, wenn ich es intelligenter wäre. Wo ist er denn? Oh, wow. Okay, so natürlich nicht. Oh, ich verstehe. Jetzt habe ich den Kampf im Sand. Aber Heli übersperre es nie, oder? Okay. 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 Schade. Ich mache sowieso noch zu wenig Damage. Aber nicht cooler Kampf. Macht Spaß. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Doch, cool. Es gibt hier noch einen Konto, den man freischalten kann. Das habe ich noch nicht. Was hat? Ne. Ah, ich glaube, es geht doch nur einmal, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Ähm. Ich sage, wenn es ums Leveln geht, sollte man auch eher die andere Sache machen. Mal so ein bisschen.